Was, habt ihr noch nie keine Ebralschiege? Ich bin Evel Thron, stell doch vor, ich weiss nicht wie ich schlafe in die Nacht. Warum, ich schaue Alzheimer. Ja, das ist gut, Frau Gausmann, ich habe es morgen den Sieg vor. Ich habe sie gar nicht in der Land, ich habe hier noch ein Möcher mitgebracht. Ich komme sie doch gerade wieder. Merci, Carmen. Ja, ich freue mich. Das mache ich? Ja, das mache ich. Er will es sagen. Ja, genau. Ja, 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 ja. Oh, jetzt ist es so. Der Lies, Tollputzfreu vom Doktor Spinner von der Rabegasse, die hätt sich voran bei uns im Alti in Freistett. Äh. Er scheint sich schon halb ganz auf dem Löwen da. Und er ist schon, wie die Leute da gewachsen können. Besonders die Plunge, so an der Kasse, da, da, Jessica! Liesl, was auf den Löwen denkt, weißt du? Lassen wir uns gedenken! Ja! Wie wäre es jetzt, wenn wir uns zu der Carmen durchstehen? Weisst du, dass er sonst nicht zu dir kommt? Ey, 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 Liesl! Könnt ihr uns gedenken? Ah! Ja, und denn ihr schon mal sollt zu dritt im Schwabe-Hilselladen geschlafen? Zertritt? Ja, 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 herr mal. Wieso zertritt? Äh, ich war doch voll wieder verworren. Pfadze mich voll, mein Schäfchen hab! Ich muss jetzt ein eiskolte Dusch nehmen. Ich kann mich lösch' grad du, wie ich jetzt wieder schmal schlissen. Ist das schon? Ich muss jetzt gehen! Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Hä! Hab' ich ja gesehen, was vorne an dir steht? Naari! Was soll die Carmen? Carmen Spolt? Und das, das bin ich. Wenn einer oder eine da hinten zu prüllen hat, bin ich's und schunst niemanden. Sind wir uns da gekommen? Ja, ja, schon gut. Und wir zwei, wir haben morgen noch zwei Wärtchen zu reden mit Don. Ich hab gesagt, morgen, der rannst voll und schnüfft keinen Scheiß. Und jetzt lassen wir wie noch vorankommen, weil aber nichts mehr sehen und niemanden mehr hören. Langsam, hab ich gesagt. Na, kann ich halt nichts machen? Da muss ich ein paar Tos hinzuhigst. Da musst du nicht verfallen. Oh, da muss ich nicht. Ich muss nicht ein paar Tos hinzuhigst. Oh, Mama. Ich esse nur mit zwei Käse durch ein W1. Ech! Ah, ja, der Al kann ja wieder mal flach liegen. Was? Du hast Geburtstag jetzt? Ja, gestern. Achtung, Achtung, Achtung. Eins, zwei, drei. Zöl, Geburtstag, fähig nicht! Still! Oh, Jesus, weiss auch noch. Carmen, wir haben gerade deine Wabe genommen. Für den Fuhriert zu fahren, unseren Motorrad zu repitieren. Wir sind gleich wieder du, wenn alles gut ist. Nein, ich wohne doch nicht in der Fähigkeit. Du, Carmen. Ein weiterer Portell, servisch du. Also, eins, zwei, drei, vier. Oh, je, oh, je. Ein Problem? Ein Problem? Nein, nicht im geringsten. Bote einmal nichts vermischt. Rio. Kaffee? Rio. Milch? Rio. Eben nicht, dann können Sie mich hin. Sind Sie da, wenn Sie nach Alko-oh-ohlig? Alko-oh-ohlig? Ah, ich bin doch nicht Alko-oh-ohlig. Ja, wie haben Sie denn so etwas gesehen? Oh, d'accord, ich habe gestern ein paar Lieden geladen für meine Geburtstag zu feiern. Ist aber alles. Ah, ich bin doch kein Süffi. Ja, bianzüro. Die Exküsse mekanisch. Das aber auch nicht. Wo nicht steht es, wenn man erst gibt? Ah, nein, aber da sind wir jetzt auf dem Holzwein, oder dem Holzwurm. Ich weiss aber, was denn ihr meine. Ich nehme an, Sie meinen das. Sehen Sie, das? Das sind selbst geholtes Zigaretten. Das Lüner, so nehmen wir das Papier, wir alle Papier nicht. Und dann nehmen wir das Papier, aber nicht Südien, gell? ich weiß nicht, dass die Frau kommt, die Siegwalt rüssen. Ich lebe es mal, ich stehe es mal, ich stehe es mal, ich stehe es mal, du und schon mal eine SIGARENN. Ich habe keine Worte, sie hätte es aber alleine ausgefangen. 15 Millionen Tonnen, was doch das auch noch? Du, seht ihr, dass ich dich vor meinem Glück habe, geht alles schief. Du bist eine richtige schwarze Katze. Und was hat sie noch gesagt, die andere? Sie hat etwas vom Rapport von dem Procureur de la République erzählt. Ich habe nicht alles mitbekommen. So, voilà, es ist so weit. Du, du, du hast es verbreitet. Nein, ich will aber gericht sein, wenn sie mich holen. Was ist das? Der wird doch nicht viel gekostet. Mit dem bisschen Stoffi dran ist. Komm, ein Backlitz. schwidos. Gloc Howard vonletz. D lackeres exempelvis. Gloc Howard vonletz. Ach, dass wir nur mehr so hohl sind, Marie, ich glaub's nicht, du, ich glaub's nicht. Ja, was hat's denn du gemacht an meinem Platz, ha? Ach, die Wahrheit, hätte ich gesagt, einfach die Wahrheit. Hier, zuerst erzählst du allen, du bist schwanger, dann bist du wieder, nehm ich. Und jetzt, jetzt ist der Ranze voll bis an den Haus. Ja, und jetzt, wie geht's jetzt weiter, ha? Wer ist jetzt der Boppel von dem Kind? Moment, Moment, ich bin gerade am Löwen, du. Am Löwen?